Das hat sich gereimt... Oh geil. Folge 207. Gedächtnistraining für Senioren. Für Boomer. Als Pappel nach Winn. Das hat sich gereimt. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Einen wunderschönen guten Tag. Und herzlich willkommen. Ich bin Steini94. Und das ist Twitch Clips Germany. Jeder von uns hat zwei Leben. Die Übersicht über unsere Leben hat Baloui. Der hier als Moderator... Ich hab was? Achso, Lauli, hab ich dir nicht gesagt. Du musst übrigens die Leben aufschreiben. Achso, ja, also die Übersicht der Leben hab übrigens ich. Ich-ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das ist ein game so ist das möglich umfang und stress suchen oder gibt es noch mehr story sehr knapp nur ich weiß ja das war sehr knapp das war wirklich sehr knapp das wird sehr schön ich streame tatsächlich mich diese woche den ganzen tag die ganzen tag und ansicht oben links aktivitäten und mir ist jetzt schon warm hallo jen bin ich auf disney plus oder warum sich eine prinzessin der war gut den merke ich mir du kannst matthew nicht einfach in jede nackte spalte schieben franzi so funktioniert das spiel nicht okay warte stopp ich bin ja heute dabei eure chips füten und alles essen mit ifa wüsstest du dass man daran zieht als florida von einem kommenden hurricane bedroht wurde die erste idee war überall ventilatoren aufzustellen die gegen den hurricane blasen damit er eventuell wieder im drehbuch auf afrika zu rast warte mal ist das war das war das war nicht das haben die nicht ernst gemeint oder war das ein gag oder meinten die das ernst die wollten mit ventilatoren den hurricane zurückpusten die hätten föhnen nehmen sollen die idioten ich meine ich spiels auf schwer vielleicht ist das das was es so schwer macht wir können mal gucken ich werde euch jetzt einen begriff erklären und ihr müsst erraten welcher das ist welcher das ist viel spaß viel glück es geht um es ist ein buch aber ich habe noch nicht gesehen was für ein buch es ist alle ich nehme alles zurück was ich nehme alles zurück was ich kann menschen vor allem habe ich habe eineinhalb die wochen darauf gewartet für ein buch gedächtnistraining für senioren es funktioniert bestimmt so jetzt bin ich ja mal gespannt wenn das klappt kacke ich mich in die hose das funktioniert ich scheiß mich ein geil ok wo bin ich ich bin ich irgendwo wo es gefährlich ist da da weiß nicht ich weiß auch nicht ich bin nicht irgendwo wo es gefährlich ist da das hat sehr schnell umschalten kann einfach aufgrund gefahren ich bin in der falschen richtung was soll ich machen um ich muss jetzt okay ich muss zählen machte also clip ja okay kann matteo gut blasen das erfahren sie in der nächsten tschwitch clip sie haben die folge also die blaskraft ist auf jeden fall da aber an der an der ausdauer müssen wir noch mal ein bisschen trainieren warum mache ich das überhaupt mir scheißegal wie lange ich ein blatt papier in kühlschrank blasen kann engelsgleiches cover es ist so schön mein meisterplan ist sobald ki die welt übernimmt müssen wir dafür sorgen dass alle internetanbieter auf der welt bankrott gehen alle in insolvenz weiß der teufel was es darf nur noch einen einzigen anbieter geben und das ist noch mal vodafone und wenn vodafone das internet für die welt macht dann ist dann ist die ki einfach so unfassbar nutzlos dass wir alle safe sind ah mit fans ich mag kein nebel sag mal wo ist der typ hin oh man passiert kann ich das noch mal reinstecken ich habe nämlich schon wieder vergessen wie sie es an ich habe gerade direkt auf das gott geguckt der bot geht wieder das bedeutet schleim hier ist entlassen also schleim hier darf weiterhin mod sein aber schleim hier muss kein bot sein ich bin richtig unangenehm gestern da ist wieder gemerkt wie unangenehm ich bin wenn ich vom sprechen nicht rede so viele schöne pflanzen mach die tür auf ich habe doch schon angesetzt ich habe extra aufgepasst ich habe extra aufgepasst ich kann es nicht glauben dass sie das getan hat aber ich bin dran wir haben bitt berlin auf Was ist Lebensgefahr bei Ema? Was ist Lebensgefahr bei Ema? WTF, die Ereignisse überschlagen sich. Nun, ähm, ähm, oh, okay. Jeden Samstag und Sonntag um 21 Uhr. Ich kann nicht gehen. Bitch, alt. Ema, was ist das? Was ist das für ein Zaun? Guckt mal kurz weg, bitte. Guckt mal kurz weg! Was ist da gerade passiert? Einfach, ähm, dass Vampire tatsächlich, hä, was ist, wer ist das denn? Do you see him? Do you see this? Ach, das ist mein Schatten. Oh. Ich mach das weg, das wird die Ästhetik. Ja. Nee, ist nicht egal. Muss man den Salat noch waschen? Ja klar. Ja gut, das muss ich drinnen machen. Logisch, ne? Wir sind da. Das ist aber ganz schön weg. Aber nicht in meinen Arsch krachen. Holla, das trainiert da unten. Was war denn das? Was war da da unten? Wollte mehr? Oh, scheiße. Oh, you're not bad. Oh, fuck. Ey, ich kann nicht mehr, Digga. Oh, shit. Oh, shit. Nee, das ist das... Aufs Klo springen hab ich auch schon versucht, aber da donner ich ja direkt in die Schüssel. Ja, versuch's mal. Wie spring ich denn? Fahr die Kniepil. Hinten mit dem... Mit X, ähm... Wie ich das hier aufmache? Oh. Ah, nein! Nein! Oh. Hä? Mach! Ey, nur guck mal nach oben. Wer hätte das gedacht? Hä? Ach, mh... Guck mal nach oben. Ich kann nach oben gucken, bei der Wohnung, Mann. So, langsam. Okay, okay. Langsam, langsam. Ganz langsam, ganz langsam. Sag stopp. Nee, 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 nicht stopp. Weiter, weiter, weiter. Oh, es wurde, okay. Oh, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, Adam! Adam! Das hab ich jetzt nicht gebraucht. Hier geht es um das Kreuz. Juli, was ist das? Natürlich, Pironia. Was ist das? Weil schöne, rosige Lippen sie hat. Was ist das, Juli? Und das wunderschöne Kreuz um den Hals. Was sonst? Okay, Hindernisse. Du machst es mir jetzt schwerer, weil es lenkt ab. Oh! Oh! Was? Oh mein Gott! Was? Wow. Das ist, C-Leicht ist, ist ein Virtuose mit Wörtern. Oh Gott! Was denkst du bei Folgen? Trashtalk mit Katze. Mit Katze und Suki im Bett. Mal gucken, ob ich mit dem Stream schlafen kann. Dann kann ich nur sagen. Ada, ada. Ada, ada. Oh, 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 oh! Wieso kann die mich nicht erschießen? Last Last Stand. Bravo, Calle, Mati. Joder, Calle, tja. Ähm, auf das Funt ist kein Glas. Das wird dann abgeholt, wenn es fertig ist. Auf das Funt ist Heimler. Nicht der Hammer sein, nicht der Hammer sein. Warte, ich war noch gar nicht oben. Ich nehm's mir mal mit. Du bleibst mal da. So, warte, ich komm gleich wieder, gell? Was ist denn das für ein trauriges Zimmer? Oh, kaputzi. Warum bissen so? Oh, das Fing hat sogar Spaß. Öl. Unmain, Luigi, viel. No one door. One is unmain. Ich mach keinen Kill aus dieser Situation. Luigi! Luigi, was machst du da? Oh mein Gott, Luigi. Ich schaue dir. Oh, oh. Jawoll! Nein, ja, nein, ja, 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 ja. Für Saps. Ist nur eine Pause oder was? Ne, Mann, Alter. Möchtet ihr mal auf einem Diegefahrer mitfahren? Ja, ich würd' gerne. Ja, du gutes Game. Geiles Sein, oh, good. Ne, was ist denn bei dir? nicht drei aber 43 waren es ich fahre gerne mit der tür ins haus frank 36 sekundeneinsatzleiter sekundeneinsatzleiter was ist denn sekundeneinsatzleiter das gleich strom Habt ihr gerade mal ganz kurz mein IQ gesehen? Das wird ja wahrscheinlich auch relativ groß drüber stehen. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Das sagen sie immer alle. Oh oh. Dein scheiß Ernst! Ähm, ich wünsche euch... Keinen Bock auf Pickel mit Esser und Co. Ich wünsche euch keine Pickel. Fürs nächste Jahr. Präsentiert von KFC. Vielen, vielen Dank an alle, an euch alle, die dabei waren. Waren alle hier dabei, die dabei waren. Also waren wirklich alle dabei. Wer jetzt nicht dabei ist, ist nicht dabei. Nee, ohne Scheiß. Allein hierbei, wenn ich weiß. Herzen und Glückwunsch. Ja. Falschreffer. Kann man machen, muss man aber nicht. Übrigens Sonax, dankeschön für Ehre und für deine Hoden. Nehmen wir mal da. Ah! 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 What? What the fuck? Meine Freunde bringen mich, die treiben mich in den Wahnsinn. Thunfisch. Es... Das ist ein Mischpult. Das DJ-Pult ist ein heiliger Ort. Da legt man nicht einfach einen Thunfisch drauf. Oh! Gesamtzerbau! Aber da sind doch zwei Teller drauf. Oh! Haha! Haha! Man Junge, jedes Mal sag ich das falsch. Man Junge, es gibt doch dieses Sprichwort, wenn man sagen will, es ist leicht, dann heißt das doch irgendwie Kinderschlecken, den Kind ist. ein richtiges kinderschlecken so also jetzt passt auf ich habe euch ein baum mitgebracht abonniert wird klips germany so 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 so